Die Katze ist das beliebteste Haustier der Welt. Sie ist uns vertraut und geschätzt, aber ihre Geschichte ist nicht immer so harmlos gewesen. Im alten Ägypten waren Katzen nicht nur Haustiere, sondern wurden sogar als Götter verehrt. Die ersten Katzen kamen vor etwa 10.000 Jahren aus dem Nahen Osten nach Ägypten. Dort wurden sie schnell als wertvolle Helferinnen entdeckt. Sie jagten Mäuse und Ratten, die sich in den Getreidespeichern der Ägypter breitgemacht hatten. Die Katzen waren so wichtig für die Landwirtschaft, dass sie sogar als Gottheiten verehrt wurden. Die Katze Bastet war die Schutzgöttin der Frauen, der Kinder und der Katzen. Sie wurde oft mit einem Katzenkopf und einem Frauenkörper dargestellt. Die Ägypter glaubten, dass Bastet ihnen Glück und Wohlstand bringen würde. Als die Römer Ägypten eroberten, brachten sie die Katze mit in ihre Heimat. Die Katze wurde schnell zu einem beliebten Haustier für die wohlhabenden Römer. Sie war ein Symbol für Luxus und Status. Im Mittelalter wurde die Katze jedoch als Zaubertier und Hexentier geächtet. Viele Katzen wurden getötet oder verbrannt. Erst im 18. Jahrhundert kam die Katze wieder zu ihrem alten Ansehen zurück. Sie wurde zum beliebten Haustier für die Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Heute ist die Katze ein fester Bestandteil unserer Kultur. Sie ist ein Symbol für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Freiheit. Katzen sind faszinierende Geschöpfe, die uns immer wieder mit ihren Eigenheiten zum Staunen bringen. Wenn Sie mehr über diese faszinierenden Tiere erfahren möchten, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Ich werde in Zukunft weitere Videos über Katzen veröffentlichen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020